moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr bei vengard zombies auf der karte der anfang unendlich feld aufrüstungen benutzen können zum beispiel mit der energie mine unendlich äther schleier feuerring er hat was ihr wollt leute und zwar zeige ich euch jetzt wie das ganze funktioniert als erstes müsst ihr die feld aufrüstung die ihr benutzen wollt aufladen in meinem fall will ich unendlich mal die energie mine benutzen so wenn ihr die aufrüstung dann voll habt leute dann müsst ihr einfach nur bevor ihr die einsätze auf options drücken auf eine andere aufrüstung drauf gehen ich jetzt auf frostschutz könnt ihr machen mit was ihr wollt danach geht wieder zurück auf die energie mine aktiviert sie leute und wie ihr seht habe ich nach dem aktivieren der energie mine die energie mine trotzdem noch aufgeladen so und jetzt müsst ihr einfach wieder auf eine andere ausrüstung gehen ich gehe jetzt zum beispiel hier und dann wechselt ihr einfach wieder auf die energie mine und ihr habt noch eine ladung und die verschwindet nicht nach dem einsetzen also das könnt ihr so oft machen wie ihr wollt leute also ihr macht einfach nur die feld ausrüstung die ihr unendlich mal benutzen wird in meinem fall die energie inhalt macht ihr einmal voll dann wechselt die bevor ihr sie einsetzt auf eine andere dann wechselt ihr wieder zurück auf die energie mine und setzt sie dann ein und die energie mine verschwindet nicht und das könnt ihr so oft wiederholen wie ihr wollt leute ansonsten war es das mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ihr ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und falls du nichts mehr verpassen willst kannst du gerne ein abo da lassen und die glocke aktivieren damit du immer auf den neuesten stand bleibt dann viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal ciao